Jo hier ist Mr. Mike! Wie der eine oder andere vielleicht weiß heute am 9.9. ist hier der Release vom neuen NBA 2K20 Free. Unten in der Videobeschreibung auschecken, gönnt euch, egal für welche Konsole. Für Nintendo Switch weiß ich gar nicht, aber Xbox oder Playstation 5 ist es mehr so mein Ding und daher jammer. 2K hat mir hier was zukommen lassen. Gerade aufgeweckt worden vom Postboten, da werde ich gerne geweckt und die Schachtel, wie ihr seht, ist ein bisschen groß, alleine nur für ein Spiel. Nur für die Diskversion ist es ein bisschen viel. Ich habe keine Ahnung, was sie mir geschickt haben, aber das werden wir jetzt uns genauer anschauen. Vielen Dank erstmal 2K. Überhaupt 2K immer. Mega die Leute. Ich mache immer wieder auf Instagram ein bisschen Werbung für die. Seht ihr in meinen Stories. Und die schenken mir dafür auch Spiele. 2K auch dieses Jahr oder auch in Zukunft kommen echt eine Menge geiler Spiele raus. PGA Tour zum Beispiel. Da ist Michael Jordan mit dabei. Du kannst mit Michael Jordan Golf spielen. Das finde ich sehr witzig. Was kommt noch? Mafia 4 kommt noch ein neues Bioshock. Ist angekündigt. 2K ist wirklich eine Marke für sich damals. The Darkness auf der Xbox 360 gezogen. Hey, also 2K hat mir schon viele, viele schöne Zockerstunden bereitet. Eine sehr geile Firma. Also 2K hat nicht nur NBA. Für diejenigen, die nur NBA zocken und es vielleicht gar nicht wissen. Checkt mal das Line Up. Borderlands. Hey, Tiny Tina's Wonderland. Wie heißt das nochmal? Hey, 2K hat auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert bei mir im Videospielbereich. So. Nice. Hey, ich bin gespannt, was da drin ist. Das ist echt ein großes Paket, Alter. Wow. Okay. Das ist schon mal... Das sieht nice aus. Oh shit. Das sieht voll echt nice aus. Das ist voll schon... Wow. Geile Box, Alter. Geile schicke Box, Alter. Fett. Eines. Das ist schon edel. Alleine die Box, die Schachtel. Edles Teil. Edles Teil. Edles Teil. Das sieht doch geil aus. Das sieht doch echt geil aus. Mega. Schön. Be legendary. Auf Bukas Sohle unten drauf geschrieben. So, jetzt machen wir das gute Thema ab. Oh. Okay. Allein die Schachtel ist ja recht. Ich stehe ja schon auf schöne Schachtel. So das Kindliche in mir bewahrt worden. So. Liebe NBA2K-Familie, wahre Größe ruft und wir haben dich ausgewählt, um diesem Ruf zu folgen, um den Start von NBA2K23 zu feiern. Möchten wir dir ein Trikot unseres globalen Cover-Athleten, wow, Kevin Booker und eine Version unseres Spiels schicken. Wir hoffen, dass du das Spiel in den kommenden Monaten genießen wirst, während wir unsere aktuelle Version mit noch mehr Saisonalen Inhalten und Herausforderungen das ganze Jahr über feiern werden. Saisonalen. Also das ist ein Wort, das ich wirklich nicht in meinem Wortschatz verfüge, wie ihr schon merkt. Klugscheißer unten generell kommentiert, aber hey, mir wurscht, ich habe ja was geschenkt bekommen. So sieht's aus. Nice. Highlights. Highlights von NBA2K23. Das Spiel der Spiele. Saisonal. Saisonal? Möchtest du. Michael Jordan ist am Start. Hey, okay, warte mal. Jetzt hat das Spiel jetzt aber auch schon mit dabei, aber das Jersey halt alleine. Das ist halt schon nice. Ich habe nämlich Bock, das Spiel auch zu zocken, ne? Gezockt wird auf NBA, äh, wird auf YouTube, ne? Nice. Hier, echt ein Booker-Jersey, alter. Booker ist halt auch ein Killer-Spieler, alter, ne? Nice noch von Nike. Nice. Ja, sehr geil. Es ist ja wohl sehr geil. Das ist ja wohl wirklich sehr geil. Mega. Das ist ja schon mal mega. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Aber ist hier denn noch mehr drin, ne? Ja, Mann. Nein, das ist ja nicht dein Ernst. Ich habe es für die, ich habe es für beide Konsolen. Jetzt warte mal. Oh, nein, warte mal. Es war anders. Es war anders. Jetzt pass auf. Hey, ich habe drei Versionen. Und zwar, äh, Gewinnspiel kommt. Ich muss jetzt nur noch schauen, wie ich dieses Gewinnspiel machen werde, ne? Hier, einmal die, äh, Legendary Championship Edition. Ja, Baby Jordan vorne drauf. Das ist meine. Dann habe ich eins für die Xbox und eins für die Playstation. Also, Gewinnspiele werden kommen. Ich werde die aber über Instagram machen. Denke ich mal. Da ist das ein bisschen leichter, weil auf YouTube habe ich ja gerade ein Gewinnspiel mit den Bällen. Ne? Wisst ihr vielleicht, wer mich, wer mir folgt und mich abonniert hat. Die werde ich auf Instagram machen. Ich weiß noch nicht, wie. Wahrscheinlich einen Beitrag, ähm, posten. Und dann muss man verlinken. Ihr wisst schon Traffic generieren. Es ist doch immer die gleiche Laie. Es ist langweilig. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Die Leute wollen ja auch das Spiel haben. Ne? Daher erst mal auf Instagram folgen. Mir folgen. Und 2K. 2K sollte man sowieso folgen, weil es immer wieder mal was Cooles gibt, wie ich finde. Ähm, und dann gucken wir weiter die Tage. So sieht es aus. Nice. Und das wird jetzt in die Playstation eingelegt. Und wird gezockt. Oh, und? Und Gutscheincode für die Playstation 4. Die bekommt mein Buddy. Mein Buddy. Muss ich den Namen meines Buddies nennen? Ich glaube nicht. Mein Buddy bekommt gleich Bescheid. So, Mann. Nice. Ey, fettes Paket. Weißt du? Das ist, hey. Freut mich. Richtig. Das ist ein schöner Start in den Morgen. Richtig schöner. Saisonal. Füße geben eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Bye. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. 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 Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. 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 Mike, 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 Mike. Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike, Mike. Untertitelung des ZDF, 2020